Schönen guten Morgen ihr Lieben und Willkommen zu einer weiteren unglaublichen Folge Gas Station Simulator und ich war tatsächlich mal ganz kurz auf 11.000 Dollar da oben, aber dann, was soll ich euch sagen, dann waren die Reifen im Angebot und das Kratzerzeug, oh Leute, ich musste es, ich musste es kaufen, es ging nicht anders und dafür musste ich richtig viel Geld ausgeben. Ja, und Sprit ging mir auch schon langsam wieder aus, also die Leute tanken wie die Wahnsinnigen hier. Moment, komm raus aus deinem Loch. Hier, das ist schon Nötigung, oder? Das ist definitiv Nötigung. Ja, lass dir Zeit, Bruder, die haben wirklich alle nichts zu tun hier. Moment, ich muss kurz rüber. So, du kriegst auch noch einen, jawohl. Und eine Landebahn haben wir auch noch, aber ich muss erst mal meine Autoreifen ausladen hier, die Massen. Ja, was heißt Massen? Es war schon nicht wenig. Daddle, du, jawohl. So, wir haben ein Flugzeug, jawohl. Und meine Leute sind auch gleich wieder kaputt, also ich muss da echt aufpassen, dass ich die hier nicht kaputt mache. Ja, ich habe vieles cooles Zeug schon wieder eingetauscht, als ich offline gezockt habe. Und mal schauen, was es jetzt hier gibt, aber der Champus, der Champus kommt einfach nicht. Ich weiß nicht, warum. Willst du nicht noch ein bisschen weiter hinten parken, sag mal? Ah, komm mal auf deinen Hahn. Ja, hast du? Nee, hast du nicht. Hm. Okay, pass auf, ich nehme dir mal davon Zähne ab. Und die Dinger hier, die sind immer sehr beliebt bei unserer Kundschaft. Das Eis dafür. Boah, äh, das, das, boah, ey, das geht nicht, ne? So, komm, kriegst du von da auch noch ein bisschen was hier? Das gibt es nämlich nur bei uns. Oh, was willst denn du dafür alles? Oh. Hermano. Natürlich. Weißt du, ja? Na dann, zeig mal her. Warte, ich lasse mich noch kurz tanken und dann gucke ich mal nach. Vamos, vamos, muchacho. Was ist denn das hier? Chef von, ach so, das kannst du nicht. Nee, du hast da nichts Gescheites für mich. Komm, wir nehmen dir mal davon ein paar ab. So, bis. Auf jeden Fall. So, meine Leute, hauen gerade alle ab. Deswegen muss ich hier schnell zumachen. Nein, 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 mach zu, mach zu. Und das machen wir auch schnell zu. Werkstatt ist noch okay. Komm, ich muss mal schnell hier. Alles ersöhnlich abarbeiten, was es hier so gibt. Oh, 7000. Ich war schon so hoch. Ich war schon so hoch. Ich war kurz davor. Und dann habe ich mir gedacht, nein. Ich bin, na ja. Was soll's, ne? Knapp daneben ist halt auch vorbei. So ist das halt. Junge Frau. Hm? Sind Sie endlich zufrieden? Ja, ich muss nämlich an die Kasse. So, der Polynal-Krimiziant möchte bedient werden. Was ist denn das hier drin? Ist das Schmuggelware? Ja, für den Sohnemann. Für die Tochter. Für die andere Tochter. Für den Papa. Ebenfalls für den Papa. Und nochmal für den Papa. Auch für den Papa. Für das Enkelkind. Aber gern. Oh, Drago Arms. Und jetzt ja auch Waffen zu verkaufen. Dann hätte ich jetzt wahrscheinlich hier. Und das war jetzt nicht nice, ne? So. Die sind alle am Ausruhen. Was willst du? Ich hab zu. Interessiert dich nicht, ne? Naja. Wenn das so ist. Dann kassiere ich dich auch ab, ne? Jeder Dollar ist wertvoll bei uns. So. Oh, jetzt wird ne Party heute Nacht, oder? Das wird ne Party. Was Süßes danach. Und noch ne Brille. Ein Limonädchen. Das war falschrum, mein Freund. Ich fühl mich wie so, ne? Am Lidl oder am Aldi. Ja, bitteschön. So. Kraftstofflieferung neben dem Flughafen. Die hab ich doch angeschaltet, oder bin ich doof? Komm, dreh nochmal auf. Ist ich jetzt zufrieden? Ah, jetzt geht's. Okay. Ja, manchmal, ne? Manchmal ist komisch. So. Dann putzen wir ihr Auto. Blitze, Plank. 22 Uhr 10, ne? Du musst bestimmt auf Nachtschicht. Ich beeil mich. Du hast bestimmt einen coolen Job. So, Geheimagent oder sowas, ne? Auch du ein nice day. Nicht wirklich, oder? Nicht wirklich. Du blockierst jetzt quasi meine Waschanlage mit deiner blöden Karre. Dagegen hab ich aber ein Rezept. Mein lieber Freund. Dagegen hab ich was. Sobald meine Kraftstofflieferung fertig ist da drüben. Die ist durch. Okay. Pass auf. Was wir machen ist nämlich folgendes. Und das hast du jetzt davon. So. Oh, und schon wieder eine Ruhe hier, hä? Hm, herrlich. Herrlich. Oh. Gibt mir natürlich kurz die Möglichkeit hier alles. Ja, schaut euch das an. Und ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, dann nehm ich dir den Müll mal weg hier. Zack. Oh. Die muss ich zumachen. So. Wie schaut's denn hier aus? Oh, das sieht schon. Oh, ich hab noch ein paar. Wiegel haben wir noch. Die Dinger haben wir noch. Okay. Batterien und Öl haben wir auch noch. Na, ist doch herrlich. Da können wir die doch später gleich wieder mit aufmachen. Wunderbaristenz. Aber meine Jungs wollen natürlich auch bezahlt werden. Das machen wir mal schnell. Ja. Alle am Ausruhen. Wunderbar. Ach, wie schön. Und wir haben Landebahn. Zwo. Ich komme. Wehe, du hast keinen Sekt zu. Wehe, du hast. Warum sag ich immer Sekt zu Champagner? Hey, mein Mann. Wollt ihr mal schauen, was ich hier habe habe? Das ist es. Wow. Schau mal an das Kassi. Du hast es gut gemacht. Old Canadian Whisky. That's fucking great. Komm, da nehmen wir dir auch noch davon ein paar ab. Die Dinger gibt es ja bei uns auch nicht so häufig. Wischen Sirup und du willst das hier haben dafür, ne? Du bist ja schwer begeistert von dem Zeug. Ja, davon kann ich reichlich besorgen. Boah, das war ja ein Stunt-Kollege. Und gleich so cool hinstellen. Geil. Ja, seit die zweite Landebahn eröffnet ist, hier ist hier... Sausage. Ja, Würstchen. Würstchen nehme ich immer. Likör. Komm. Okay. Das magst du ganz besonders, ja? Okay. Gebe ich dir das auch noch ein bisschen? Reicht dir das? Ja. Ja. Davon kannst du ausgehen. Hallo. 9000, ne? Beobachtet das. Gleich ist wieder irgendein cooler Mist im Angebot, dass ich hier wieder alles über den Haufen werfen muss. Oh, oh. Hört ihr das? Party on. So. Du warst noch nicht fertig. Warum hat der mir jetzt die Zapfpistole da... äh, die Sprühpistole aus der Hand gerissen? Oh, bist du bald fertig? Ja, danke. So, ich muss hier meine Nachtschicht rausholen aus dem Bett. Oh, okay. Dann machen wir ja alles auf. Ja, Leute, dann machen wir heute Nachtschicht. Nützt ja nichts, ne? Nützt ja auch jetzt nichts. Oh, jetzt kommen sie hier. So, du gehst da hin. Ja, komm. Ab an die Kasse. Du gehst wieder tanken, mein Freund. Und du gehst in die Werkstatt. Dann machen wir heute eben Nachtschicht. Ist doch egal. Boah. So, da sind sie. Unsere Tänzer. Warte, den einen müssen wir noch zum Reinigen schicken, weil... Wo ist es denn? Da. Okay, ich glaube, passt alles, ne? Alle bedient. Repariert, reinigen, tanken, bla bla. Okay. Du stehst da, du bist breit. Das sind so Schweinchen. Ehrlich. Das sind so Schweinchen. Ich kann es euch sagen. Ja, hier, Lumpen. Wo ist mein Sack? Ah. Was mit den Zungen? Ne, haben sie nicht gefixt. Okay. Ihr habt immer noch komische Zungen. Willst denn du schon wieder haben? Hier, komm. Sauf. Wenn du schon die teuren Produkte haben willst, dann sollst du sie bekommen. So. Ja, das ist alles okay hier. Ihr frisst mir wirklich alles leer. Ihr Würstchen für euch, das ist gut. Das könnt ihr gebrauchen. Ja. Zack. Ja, Nachtschicht heute. Es tut mir leid, Leute, aber... Das ist ein Notfall. Ein absoluter Not... Schweinchen. So, wir hatten doch hier auch noch ein bisschen was. Genau. Hier, den coolen Kram. Das kommt auch mit rein. Oh, Hüte. Ihr mögt wohl Hüte. Komm. Dann machen wir das rein hier, wenn ihr das unbedingt wollt. So. Ich werde hier ein Lämpchen brauchen. Oh, Weischanlage. Oh, 9.490. Oh. Da wird der Rubel rollen heute Nacht. Ich hoffe es. Ich hoffe es. So, Kraftstoff. Ach so, ja, Kraftstoff läuft auch. Jawohl. Warum machst du das immer? Lässt doch mich da... Ich will halt um den Menschen rundherum gehen und du nimmst mir jedes Mal die Spritzpistole aus der Hand, du komische Anlage. Das ist doch nicht fair, oder? Das ist doch nicht fair. Gerne. 10.266. Ja. Bitte mehr davon. Ich brauche ganz viel Geld. Hier geht's ab, hä? Die mag ich am liebsten. Die wissen, wie man feiert. Ah, schön. Herausforderung, 10 Autos knacken. Nee. Mach den Quatsch nicht. Den Quatsch könnt ihr selber machen. So, und jetzt stagniert das schon wieder mit der Kohle, ne? Also wenn der jetzt nicht 1000 Liter haben will... Ich gehe nochmal eben oben gucken. Hier kommt kein Shampus. Es will irgendwie nicht in meinen Kopf reingehen. Der aus Frankreich, das wissen wir noch gar nicht, was der hat. Ja. Leute, ich habe keine Ahnung. Man kann jetzt hier fünf Jahre weiterspielen, aber irgendwie... Wenn ich den Shampus nicht kriege. Was willst du haben für den Nachos, Muchachos? Komm, wir schauen mal, ob wir hier dir ein paar Nachos abnehmen können. Wegen ein paar Kippen. Und gegen ein bisschen von dem Kram. Das war schnell, ne? Ich sag's dir. Ich bin der schnellste Tankwart in der Wüste hier. Kannst du glauben. So, was hast du Schönes? Ähm. Ah ja, du willst... A Dark Stout Beer. That's great, my friend. Macadamia-Nüsse. Oh, die sind doch teuer, oder? Eigentlich sind die doch... Teuer. Ja, ja. Es ist... Es ist okay. Ich geh mal schnell... Den Onkel hier wegwaschen. 12.000, Leute. Wir haben 12.000. Hoffentlich bleibt es dabei. Oh, ich kaufe sie und nehme einen kurzen Kredit auf. Aber das ist immer so eine Sache mit dem Kredit, ne? Dann kommt der Typ und... Bricht mir die Beine weg und dann ist auch blöd. Ja, du guckst auch schon. Du siehst ein bisschen aus wie Putin, oder? Kann das sein? Eine komische Ähnlichkeit. 12.184. Oh, 8.23 Uhr. Wir machen den Tag noch voll, Leute. Und dann schauen wir mal. Ich will diese automatische Anlage haben. Ob wir wollen oder nicht. Oh. Da haben wir noch was. Die sind auch wieder voll. Öl haben wir, Batterien haben wir. Du bist auch hochmotiviert. Das ist gut. 12.275. Ach, du willst Nachos, Muchachos. Na, kann ich dir doch geben. Warte, hier. Zack. Das ist ja mal komisch, ne? Wenn man die hat, dann verlangen die die Leute auch. Das ist echt komisch. Die wissen doch gar nicht, dass ich das hab. Scheißen doch. Ja. Gut mich nicht voll. Okay. Das ist das. Die müssen wir mal mehr verkaufen. Hier die 111. Ne? Das ist ja irre hier. Oh. Gibt es hier noch was für uns? So richtig? Ach, da war ich gerade noch. Was willst denn du schon wieder? Du willst natürlich wieder ganz besondere haben. Ist klar. Aber es läuft. Es läuft. Oh, hier. Schaut mal. Ist ja völlig irre. So. Dann nehmen wir davon ein paar. Davon ein paar. So. Was denn? Ist doch... Ne, die hab ich leider nicht für sie junge Frau. Tut mir leid. So. Dann hier noch ein paar drin. Jawohl. Jawollo Knollu. Hab ich hier? Oh ja. Hier gibt es das leckere Wasser. Hm. Die räumen wir den ganzen Laden leer hier. So, und das? Deiner Darmprobleme. Klang nicht gut. Das liegt aber nicht an meinen Waren aus Übersee, dass sie hier alle Durchfall bekommen. Das will ich Ihnen mal ganz klar sagen. Ich habe nämlich nur feinste Waren. Wir haben einen wundervollen Bart. Ja. Sehr, sehr, sehr schön. 12.900. 13.000. Passt auf. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Bevor ich das nie wieder tue und immer wieder verschiebe. Passt auf. So. Ist das cool? Ist das cool? Ja, mega, oder? Komm, fahr rein in unsere Waschanlage. 1280. Höh, Seele. Und jetzt brauche ich noch ein paar Leute, die viel Sprit tanken. So. Das haben wir schon mal erledigt. Oh, fahr doch mal jetzt da rein. Mensch, fahr doch bitte mal da rein jetzt. Ich will das mir anschauen. Auch nicht. Flugzeug an Landebahn. Ja, ja, ja. Ich bin sofort da. Der fährt rein. Nee, fährt nicht. Du? Du vielleicht? Auch nicht. Ach, Leute. Macht's mir nicht so schwer. Junge, 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 Junge. Komm, beeil dich ein bisschen. Junge Frau. Ihr Motor ist defekt. Ihre Turbine. Ihr was? Wie heißt das? Du scheißt doch auch Motor beim Flugzeug, oder? Bei so einem Propeller-Dings. Oder heißt das da auch Turbine? Nee, eine Turbine ist ja was anderes. Oh, da ist das. Weißt du, ich brauche Kohle. Oh, 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 oh. Nehm dir mal ein paar davon ab. Ja, ist das gut? Warum seid ihr immer so komisch hinten? Ehrlich. Kunde an Waschanlage, Kunde an Waschanlage. Jetzt geh ich schnell, 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 schnell. Und jetzt? Was passiert jetzt? Automatik Car Wash. Ja? Mach doch was. Ah. Ist das cool? Ist das cool? Ist das cool? Mega. Jetzt drehen die Dinger los, oder? Ja. Aber da muss man trotzdem hinrennen, da auf den Knopf drücken, das ist ja auch blöd. Na gut, macht ja nix. Oh, das gibt doch auch Frame-Einbrüche. Ja, das ist noch optimiert. Das ist richtig gut optimiert. So. Ich meine, ich habe eine RTX 3090. Da sollte die noch nicht mal anfangen zu husten. Aber na gut. Ich brauche doch auch Leute. Ich nehme dir mal fünf Sombreros ab. Oh. Ey, das ist teuer. Ja, das ist, das ist also wirklich... Ziemlich verarschen. Oh. Naja, ungern, ungern. Freut mich nicht zu flügen. So, meine Leute sind gleich wieder kaputt. Wo rätten wir hin? Ach der... Ah, okay, das war der Werkstattmann. Okay, dann muss ich die zumachen. Dann mache ich die mal schnell zu. Und meine anderen Leute. Da muss ich auch zumachen hier. Das nützt euch nix. Die Waschanlage lassen wir natürlich offen. Den Sprit auch. Komm, kassier die noch ab. Ich hoffe, du schaffst es noch. Komm, du schaffst das. Mayumi, du schaffst das. Zieh durch, Mayumi. Die eine. Hallo? Die eine schaffst du auch noch. Ja. Was willst du denn tun? Ich habe zu. Ohne Quatsch jetzt, ja. Ich halte doch zu. Hatt ich doch, oder? Hier, Parkplätze sind alle zu. Hm. Du bist auch fertig, ne? Du bist auch fertig. Jawohl. Und dann lassen wir die noch die letzten Sekunden hier durchbraten. Die haben einen Kunden an der Waschanlage. Siehst du, jetzt geht's automatisch. Warum ging das vorhin nicht automatisch? 3071. Wir schauen mal. Wie viel Kohle wir dadurch verdienen. Weil das ist ja jetzt die perfekteste Wäsche von allen hier in der ganzen Wüste. Es gibt keine bessere. Hunde an Kraftstoff. Achso. Das habe ich natürlich nicht zugemacht, ne? So, komm, geh mal rein. 3.118. Hm. So schön, ne? 3.118. Vielleicht bringt's ja mehr. Wir beobachten den Fall auf jeden Fall. Komm, steig ein, du fahr weg. Ja, 150. Aber na gut, dafür, dass ich nichts tun muss, ist das okay. Es ist okay. Das sind ja immer so, ne? Kohle, die so nebenbei reinkommt. Ohne, dass man wirklich was für tun muss. Ich finde das gut. Sag, komm, hier, Fischchen rein mit dir. Dann füllen wir mal wieder auf. Oh, davon haben wir so viele. Fischtiere haben wir nicht mehr. Hier haben wir auch nichts. Gibt's hier irgendwas? Nö, rein damit. Hütchen. Äh, Sombrero. Zack, zack. Kann nix einkaufen im Moment, ne? Oh ja. Oh ja, das gibt guten Stopp. Guten Stopp. Oh, hier ist auch alles leer. Ui, ui, ui. Dann sind wir schon durch mit der ganzen Sache hier. Was kommt da rein? Hier oben ist noch alles voll. Da rein. Oh. Auch keine Zigaretten mehr. Spielzeug haben wir noch. Haben wir hier noch. den Quatsch. Na, herrlich. Wir müssen Geld verdienen. Bitte, bitte. Kunde an Waschanlage müsste ja alleine laufen. Oh, Flugzeuge kommen gerade an. Ja, ja, ja. Ich bin ein Lifesaver. Die läuft wunderbar. Ach, wie schön. Kann man sowas nicht auch beim Tanken machen? So Selbstbedienung. Bitte legen Sie das Geld unter den Blumen. Ja, warte doch mal. Mensch, war da nicht so ein Stress? Buenos, Wein. Ja, Buenos. Das ist der ist, Freunde. Nach so einer Flasche bist du ganz schwindelig. Oh, ein Helm. Wirkst du nur einen, oder? Ja. Ja. Deal or no deal. Das ist dir die Frage. Awesome. Ich habe nichts, was du haben willst. Das ist blöd. Na ja, dann tschüss. Tschüss. Ich komme nicht an das Zeug ran. Ich komme echt. Seht ihr das, was ich sehe? In zwei Minuten. Oh, ich muss irgendwas kaufen. Da kommt nämlich was. Leute, es kommt was. Komm, rein das Zeug hier. Was willst du haben? Ich weiß es nicht. Das steht doch da, was der haben will, oder? Äh, komm, 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 komm. Wo war das Zeug jetzt? Hä? Was hat sich gerade geändert? Da oben. Batterien, Tabak und Hüte. Batterien, Tabak, Hüte. Lieferung. Teile. Batterien. Äh, nein, wartet. Oh, jetzt bin ich gerade aufjährig. Ihr merkt das, ne? Ihr merkt das. Ich bin aufgeregt. Ach komm, scheiß drauf. Tabak. Den muss ich leider kaufen. Und ein Hut. Polizia-Hut. Da gehe ich mal kein Risiko ein hier. So. Jetzt heißt es, Daumen drücken, Leute. Daumen drücken. Dass der mir nicht flöten geht. Komm, dann tanken wir dich noch schnell. Ich weiß. Ihr sagt immer irgendwie alle... Hallo? Dasselbe? That'll do auch dir, mein Freund. Zur Lieferung muss ich sofort entgegennehmen. Ich liebe ja unsere Waschanlage. Unsere neue. So schön. Wirklich schön. Da kommen die Teile. Ach, wie schön. So schön. Komm, fahr in die jetzt hier. Ist doch sonst nicht so langsam. Oh, wehe. Ich brauche was, ne? Wehe. Ich brauche was. So. That'll do auch dir, mein Freund. So, Flugzeug kommt an. Das ist zwar noch nicht das, was ich brauche, aber... Wann kommt das? Ach, das ist schon der. Wieviel brauche ich davon? Fünf Stück. Fünf Stück. Juhu. Komm, fahr rein. Auf dich haben wir Monate gewartet. Monate. So. Das hat echt gedauert, mein Freund, ne? Bist du über den Amazonas geflogen oder was? Oder über München Nord? Jetzt lass mich doch endlich... Ich nehm dir mal... Komm, wir gehen mal hoch ran. Wir nehmen mal 20. Oh, geile Meile. Okay? Is that okay for you? Ja, wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft, Leute. Wir haben's geschafft. So, bevor wir unseren Wilden hier machen, gehen wir noch schnell tanken. Oh, ich sag's euch. Was für ein Krampf, oder? Was für ein tagelanger Krampf hier. Bitte gern. 3600. Okay. Have a nice day, auch du, mein Freund. Hm? Ach so. Und da kommt wieder Kohle über die Waschanlage. Ich freu mich. Was haben wir denn hier bestellt? Rädel du auch dir. Ach, wie cool. So. Dann werden wir einen Kollegen noch abfertigen. Weil der kriegt da jetzt das, was er endlich verdient hat. So, ja. Bitte schön. Ah. Ja, jetzt. Ist gut. Kunde an Waschanlage. Okay, das machst du selber. Und du bist doch bereit zum Abhauen, oder? Mäuschen. Warten auf eine weitere Bestellung. Money. Das ist nicht wirklich. Hä? Du willst Money and Popularity und kriegst... Warum? Warum ist das? Warum hast du das? Na gut, dann warten wir halt noch ein bisschen. Ja. Du hast nichts für mich, leider. Na gut. Ihr Lieben, ihr lasst, wenn ihr wollt. Ein Abo und ein Like da und ein Kommentar. Ich würde mich freuen. Und da hinten hat sich einer gefreut über die tolle Arbeit, die ich geleistet habe. Ja, mach ich gern. Ja, und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.